So was gibt es auch nicht allzu oft. Eine Königin, die sich entschuldigt? Ja, in der Tat. Margrethe von Dänemark wendet sich öffentlich an ihren Sohn und seine Familie, nachdem sie seinen Kindern ihre Adelstitel entzogen hat. Eine Entschuldigung, ja. Eine Rückgabe der Titel aber nicht. Da bleibt sie sehr eisern. Verschlankung scheint nicht nur das Motto derzeit im britischen Königshaus zu sein. Jetzt zieht das Dänische nach.